Wie spanne ich die Feder des Rolos mit Soft-Federzug nach? Sie haben ein Rolo mit Soft-Federzug bestellt und das Rolo zieht nicht richtig ein. Lösen Sie zunächst den Verringerungsknopf, der sich auf dem Mechanismus befindet. Ziehen Sie die Feder mit 5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn nach und halten Sie Ihr Rolo mit der anderen Hand fest, damit sie nicht verrutscht. Arretieren Sie den Verringerungsknopf wieder und setzen Sie das Rolo in die Halterung ein. Die Spannung und stellen Sie sie gegebenenfalls neu ein. Das war's schon. Ihr Rolo mit Soft-Federzug ist einsatzbereit.